Es Nahseilen Was! Du landest schon! Einmal immer oben drum! Ich bin gerade an wen wenn der Autopilot reinhauen kann Warte ich park andersherum da kann ich besser abhauen Hm Der dumme Autopilot dreht nochmal eine Schleife. Na ja, vorbei. Land halt ohne. Ich wirst doch noch wo hinkriegen. Ja, ist nicht mein Flugzeug und ich hab kein Geld. Kosten des Ding im Shop. Welcher jetzt? Neophron. 9,3 Mille. Kannst du mir doch ein Dings schieben. Dingshaus. Produktionshaus. Die Neophron oder was? Ja. Ja, könnte ich machen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich mag die Schwarze eh nicht so gerne. Und die Tarnlackierung ist ja letztens kaputt gegangen, weil ein Gerät reingefahren ist. Warum hast du dir ein Schwarze gekauft? Habe ich nicht, weil... Nein, das war so... Ich hätte mal mit ein paar Leuten gefarmt, die ich hier getroffen habe. Und die bisschen mitgenommen und bisschen hochgepusht. Aber die waren halt nach ein paar Tagen so was von angepisst, dass keiner RP macht, sondern immer nur Überfall, Hände hoch und das war's. Walter? Ja? Überall permanent? Gleich? Ähm... Ja, du müsstest da mal in den Chat kommen, der Patrick kommt. Der Supporter ist da. Warte, ich schieb uns. Ja, danke. Kurzes... Ja, wir sind da. Wer ist denn der Walter White? Der Unterbrandmeister. Der Unterbrandmeister. Alles klar, ich nehme mal mit. Äh... Und das ist halt in Street-Ausgut. Okay. So. Äh... Ganz kurz. Äh... Könnt ihr das im D-Blue so klären? Äh... Wo bin ich jetzt drin? Ach, hier bin ich drin. Ja. Genau. Es geht wohl um den Tempest, um deinen Tempest. Der wurde ja da wohl, äh... Äh... Der wurde ja da wohl... Von denen geklaut, ja? Ja. Wollt ihr das im D-Blue so klären, dass du dem dann einfach das Geld gibst? Äh... Doch, mir ist das egal. Ja, eine andere Wahl habe ich ja nicht. Äh... Das Ding ist halt... Ich müsste hier eigentlich noch meine Tour durchkriegen, bis ich euch das geben kann. Weil ich bin aktuell ziemlich arm. Beziehungsweise, ähm... Ich hätte auch wieder Geld, wenn... Meine restlichen Supportfälle jetzt gleich bearbeitet werden könnten. Ähm... Ich habe da nämlich noch ein bisschen was auf Lager. Wo ich hoffentlich noch Geld wieder kriegen müsste. Okay. Meint ihr denn, das könnt ihr dann so erstmal klären? Jetzt so unter euch? Ja, ne? Äh... Ja, ne. Ich meine, äh... Dass ich jetzt gleich bei dir als Supporter bleibe und noch behandelt werde. Weil dann hätte ich wieder Geld... Du kommst dann einfach ganz normal mit in den Wartebereich. Jeder andere auch. Da hocke ich schon eine Stunde drin. Jo. Äh... Ja, gut. Äh... Ja, ich erkläre das mit den anderen noch. Ähm... Achso, du hockst ja übrigens so lange drin, weil du keine Talkpower antworderst, ja? Das heißt, wenn du in den Wartebereich gehst, dann musst du dir mal die Regeln da durchlesen. Und es steht dann tatsächlich sogar drin, dass du Talkpower antworderst. Damit wir halt wissen, wie lange du da drin bist. Ich weiß. Ähm... Das habe ich auch gemacht. Aber mir fällt gerade... Ein... Ähm... Dass ich... Zwischendrin irgendwie mal ganz kurz aus dem Teamspeak rausgeflogen bin. Warum auch immer. Und deshalb habe ich jetzt wahrscheinlich kein Talkpower mehr angefordert. Alles klar. Also prinzipiell so inkompetent bin ich tatsächlich nicht. Okay. Dann move ich runter in Diplo und erklärt es da, ja? Ja. Alles klar. Ja. 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 ... Ja. Ja... Warte ganz kurz. Ich bin gerade in der PSY flieg kurz. Ich meinte wir machen das direkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.